Hallo, ich grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Mittag. Ich würde dich heute mal gerne dazu einladen, vielleicht magst du dich auf ein kleines Experiment, auf eine kleine Übung, wie auch immer du es nennen möchtest, einlassen und zwar einfach mal einen Raum der Stille zu eröffnen, einfach mal da zu sein, einfach mal dir selbstbewusst zu sein, gewahr zu sein, ja, einfach nur mal für drei Minuten nichts zu sprechen, zu beobachten, im Übrigen, wenn da sowas schwarz ist, wie gerade eben über den Bildschirm huscht, ich habe hier keine schwarze Magie dabei, das sind uns gewöhnliche Stubenpflegen, die hier um mich rumschwirren und ja, lass uns einfach mal für drei Minuten einen Raum der Stille eröffnen und schreib mir gerne anschließend mal ins Kommentarfeld rein, wie es dir dabei ging. Bist du bereit? Ja, ist das hier auch. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.